So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Minus, GBL, PvP, Inder, immer noch, wie ich gerade gesehen habe, Superliga. Und irgendwie dachte ich, es gab ein Feature, dass wenn du ein Kampfteam einspeicherst, das auf dem Server gespeichert wird, und dass wenn du mit einem anderen Account oder Handy, also mit einem anderen Handy, aber dem gleichen Account dich einloggst, dass es weiß, dass das da ist, weil es nicht auf dem Gerät gespeichert wird, sondern auf dem, naja, im Server halt. So, Server. Jetzt habe ich aber hier GBL spielen wollen und alle Teams sind einfach weg. Obwohl ich doch letztens mir das eingespeichert habe, für die Superliga ist das Team weg. Ist also nicht auf dem Server gespeichert, ist aber doch nicht mal auf dem Gerät gespeichert, weil es ist ja das gleiche Handy, womit ich das letzte Mal gespielt habe, will ich jetzt spielen. Also, ich verstehe wieder gar nichts. Ich habe dasselbe Team jetzt wiedergenommen und wurschtle mich da noch ein bisschen weiter durch. Ich habe also ein Meditalis mit Kondaeishieb, Steigerungshieb, auf den Rad der Psychokinese reinzunehmen, habe ich jetzt mal nicht gehört, weil... ...wüsste ich nicht, wo ich das einsetze. Gegen Azumarill nutze ich ja auch Azumarill. Und deswegen haben wir Azumarill mit Blubberhydropumpe und Knudler. Und wir haben den Registil mit Zielschuss, Fokusstoß, Blitzkanone. Da wurde ich für gelobt, ne. Meinen Klopper hier lasse ich mittlerweile raus. Den fand ich immer cool mit Konda Steinhagel. Psyschub hat mich selber kaputt gemacht und deswegen hauen wir jetzt einfach hier in der Superliga rein und wollen nochmal hier ein bisschen was machen. Was mache ich denn? Kämpfe hier. Ich bin immer noch auf Rang 4, das heißt, ich habe beim letzten Mal fürs Video gespielt, habe drei Sets gemacht und habe seitdem nichts mehr gemacht. Und jetzt mache ich wieder ein Video, also spiele ich natürlich jetzt weiter. Hey, damit ihr alles seht, was passiert und nichts. Wir haben ja drei Monate Zeit, 21 ist das Ziel. Kämpfen wir uns also langsam durch. Ramse ist dort, Digga. Ich habe immer noch diese komische Gierspenstbrille auf, die Professor-Villo-Jacke an. Da wird immer noch gefeiert. Franzl, 55 Meter Gitter, ist am Start. Da legt man gleich mal los bei den Karaks. Das ist doch fett, oder? Ich habe doch Kampf und du bist Unlicht. Ich haue dich also weg. Ganz, ganz doll haue ich den weg. Und er kommt rein mit Golbat. Golbat, das ist Flug. Ich habe Eis. Das habe ich schon vorgesorgt. Sonst wüsste ich gar nicht, was ich gegen Golbat jetzt nutzen soll. Es ist natürlich auch Gift. Aber mir egal. Ich schwöre jetzt komplett hier auf Eis. So. Er greift an mit. Was auch immer. Ich schilde lieber mal. Kämpfen wir denn mal gegen einen Golbat? Noch nie. Keine Kämpfe gegen Golbat. Und Verteidigung sinkt. Eis. Sieb ist aber nochmal fertig. Er müsste jetzt also eigentlich schilden. Oder er ist tot. Am besten schildet er und stirbt trotzdem. Das wäre mein Traum. Hat er leider nicht gemacht. So. Schilden wir nochmal. Lassen wir es mal durch. Verteidigung sinkt eh. Ich glaube, ich lasse es einfach mal durch. Und bin bestimmt gleich weg. Und schaffe nichts mehr. Und zwar komplett sinnlos. Blubber, blubber, blubber. Flug irgendwas. Ja, wir haben hier nochmal Eisstrahl, oder? Ne, wir haben Hydro-Pumpen und Knuddler. Stimmt, wir haben ja gar nichts mehr. Lassen wir es jetzt aber durch. Mir jetzt wurscht. Obwohl Gift gegen Fee. Ich glaube, Gift gegen Fee ist gut. Also, das müsste mir jetzt voll wehtun. Das ist sehr effektiv. Aber wir halten es doch noch ein bisschen aus. Verteidigung sinkt auch wieder. Ah, ist das nervig. Nehmt mehr Golbert. Damit ihr mir richtig schön auf den Nerv gehen könnt. Mann hat das so einen großen Mund. Das lenkt einen ja total ab, wenn man da reinguckt. Verteidigung sinkt nochmal und nochmal und nochmal. Ich möchte jetzt aber nicht rauswechseln. Er hat ja immer noch ein Schild. Wir haben jetzt auch was voll. Hier, Barrikadachs schon wieder. Wir machen jetzt einfach mal hier Blubber. In der Hydro-Bumbe meine ich. Hydro-Bumbe. In der Hoffnung, dass er schildet. Und jetzt wechsle ich halt einfach. Denn er ist schlau und wechselt einfach auch. Ja, Fokusstoß oder Blitzkanone. Ich meine, das ist ja hier Boden. Da macht das nicht viel. Aber ich kann nicht schon wieder wechseln. Nach dem Fokusstoß habe ich doch eigentlich, naja, keine Power mehr. Ist also beides auch nicht so sinnvoll. Beziehungsweise sieht nicht so aus, als wäre das gut. Hätte ich doch einfach Blitzkanone gemacht. Hätte ich wenigstens meinen Angriff nicht geschwächt. Jetzt? Ne, es schwächt gar nichts. Es schwächt gar nicht. Es ist Fokusstoß. Was war denn das andere? Das andere war... Ey! Eine Woche nicht gespielt. Alles vergessen. Egal. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Und wir machen einfach nochmal einen Fokusstoß. Ich habe wirklich das Wort vergessen. Die Attacke. Fokusstoß. Kokosstoß. Ist das Beste. Gut. Geh nicht über... Du gehst weg. Ich habe noch hier. Der haut mich. Ich könnte ihn vielleicht hauen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal. Mein nochmal einen Fokusstoß voll zu machen. Das wäre sehr gut. Oder, 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 oder. Was machen wir? Was machen wir? Schaffen wir es? Wechseln wir raus? Der hat doch bestimmt gleich so... Er macht seinen Move voll. Er bringt mich um. Ich hätte aufsatzumere wechseln sollen. Dass das sich opfert. Er zurückkommt. Den Fokusstoß voll hat. Und dann geht es ab. Und was haben wir gemacht? Nichts. Wir haben es also eigentlich komplett verkackt. Da werde ich jetzt mit Knuddler, glaube ich, auch nicht weit kommen. Oder? Ach, bin tot. Ey! Das hat er ja richtig schön gemacht. Erstes Match. Komplett. Raus. Nachthieb. Hör doch auf. Da war so viel falsch drin. Das kannst du keinem erzählen. Aber egal. Egal. Wir müssen uns ja erstmal reinfuchsen. Jetzt weiß ich, wenn ein Golbert kommt, dann kann ich gleich das Match lieben. Ist das ein Blöder. Ich versuche ja wenigstens trotzdem immer drei Dinger zu gewinnen. Das ist ein H4-Vorsan. H4-Vorsan. Fiaro. Fiaro. Flug. Eis. Aber Flug. Kampf. Aber Psycho. Also doch Eis. Wäre jetzt Registil auch cool. Aber bis der seine Moves macht. Ihr wisst ja, wie es immer ist. Ich frage mich dann immer, warum ich Registil überhaupt dabei habe. Wenn der mich eh überall aufhält. Gefühlt. So, der kann Sturzflug machen auf mich drauf. Komm, wir lassen es jetzt einfach einmal durch. Nitro-Ladung. Er versucht mich wegzubrennen. Sein Angriff steigert sich. Aber wir haben jetzt auch unseren Eishieb voll. Ich kenne nicht mal die Attacken von meinen eigenen Pokémon. Nicht mal die Namen. Gar nichts. Ach, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Aber gut. Der nimmt mich raus. Wir kommen zurück. Und dann versuchen wir jetzt natürlich hier mit Blubber den Vogel abzulöschen. Sehr effektiv. Ich bin halt einer. Ich will nicht der sein, der zuerst wechselt. Schild ist auch noch da. Braucht man nicht. Nehmen wir nicht. Sparen wir uns auf. Nitro-Ladung. Ja, das macht nichts. So, wen hast du denn jetzt? Du hast uns noch nichts gezeigt. Du kommst jetzt hier mit Bisa-Flor. Müssten wir eigentlich wechseln, aber... Ja, ich muss wechseln. Ich habe ja auch keine Eisattacke und nichts. Also komm, wir wechseln und dann machen wir halt irgendwas. Und er kommt mit Barrikadax und haut mich einfach um. Aber ich habe ja wenigstens jetzt auch nochmal einen Fokusstoß. Das weiß er aber sicherlich. Ja, der ist ja nicht der von vorhin. Ist ja ein anderer. Wir haben diese nicht abgesprochen. Er schildet trotzdem. Ich habe auch zwei Schilde. Ich muss jetzt alles von ihm schilden. Alles, was er reinholt, muss ich schilden. Bevor der mich umhaut, muss ich ihn umhauen. Ich muss doch nur einen Fokusstoß durchbringen. Dann hätte ich doch jetzt eine Chance. Kreuzhieb. Okay, okay, okay. Komm. Aha. Der macht nochmal Kreuzhieb. Der hat auch beim Bisa Floor eh schon wieder die Attacke vor. Hat dann rausgewechselt und will mich jetzt gleich überraschen. Aber ich mache jetzt den Fokusstoß. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass ich verliere, weil der ist zwar sehr effektiv, aber bis ich hier jetzt eine Attacke machen kann, bin ich halt weg. Guck, er macht jetzt Attacke. Was will ich danach machen? Ich komme mit meinem Wasser-Pokémon rein, mache keinen Schaden und bis ich was voll habe, hat er mich schon fünfmal wieder umgeworfen. Also so gut, so toll, so schlau ist das alles nicht. Auch kein Schild mehr da. Hier ist auch nichts voll. Attacke folgt, bestimmte Flora-Statue und dann ist das zweite Match ordentlich verloren. Ich sehe gerade, die Hintergründe sind vielleicht ziemlich mies gewählt, weil man irgendwie einen Augenkrebs kriegt. Wo hört denn der Spielebildschirm auf und wo beginnt der Hintergrund? Jetzt sieht man es, wenn es schwarz wird, aber ansonsten ist das alles ein richtiges buntes Treiben. Super, Zweiter gewonnen. Das Gute ist, man steigt ja trotzdem auf in den unteren Rängen, aber das ist natürlich nicht schön zu zeigen. Jojo, dicker Jojo, was machst du denn hier? Wie viele Jojos kennen Sie, kreuzen Sie an? Grüße raus an den echten Jojo, der sogar einfach Jojo der Echte heißt. Diesmal mache ich Steigerungshieb. Nachdem es mir nichts bringt, immer auf Eishieb zu gehen, mache ich einfach Steigerungshieb. Weiß ja nicht, was er sonst noch so hat. Er schildet sogar, steigert sich den Angriff. Wir lassen es mal einmal durch. Ich habe bestimmt gar nicht so viel Verteidigung. Das heißt, egal was er macht, bin ich wahrscheinlich direkt tot. Ist ja wie bei Macho Mai auch so. Macho Mai immer sehr cool, sehr stark. Aber sobald Macho Mai irgendwas abkriegt, liegt es gleich in der Ecke. So, weil ich meinen Angriff jetzt schon mal gesteigert habe, möchte ich trotzdem wenigstens noch den Zweiten durchkriegen. Ich würde jetzt einmal ein Schild nehmen, weil ich sonst mit dem auch wieder nichts gerissen habe. Also er ist wenigstens jetzt im roten Bereich, aber er wird jetzt kommen. Und mich? Nicht. Nicht. Er ist weg. Okay. Er ist. Und was ist das? Tromborg. Pflanze. Ja, komm, du rechnest jetzt mit Steigerungshieb, weil du weißt, dass ich meinen Daumen fest verankert habe auf der rechten Seite. Nein, er kommt natürlich so. Was mache ich jetzt? Pflanze gegen Azumari, nix gut. Geist gegen hier, auch nix gut. Das heißt, eigentlich ist es egal, was ich mache. Es sieht schlecht aus für mich. Ich kann nicht so... Na, hat der Spukball? Haut er mich um? Samenbomben? Er hat Samenbomben? Ja, Kampf brauche ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal auf Blitzkanone. Das ist jetzt Rätseln für mich. Wieder mal. Eigentlich dachte ich, Geist gegen Stahl. Er ist im Vorteil, aber... Hä? Plötzlich ist einfach Machomai drin. Okay. Dann wenn Machomai drin ist, dann hoffe ich, er macht nochmal Samenbomben und ich überlebe das. Versuche mit zwei eine Blitzkanone vollzumachen, um ihn wegzuspielen. Jetzt macht er Spukball. Ah! Warum, Mann? Warum? Damit du jetzt das arme, unschuldige Azumarill angreifen kannst, oder was? Aber denk immer dran. Ich habe noch ein Schild. Ich werde mit Knuddler zurückschlagen. Egal, was du jetzt machst. Ich schilde einfach. Jetzt hat er dreimal Samenbomben hintereinander aufgeladen. Spukball. Na, da hätte ich den durchlassen. Mach doch mal, Knuddler. Mach doch einfach irgendwas. Lass mich doch mal wenigstens eingewinnen. Damit ich mal wieder ein bisschen reinkomme. Dann fühlst du dich anders und dann gehst du schon mit mehr Koronnes in das nächste Match rein. Und zeigst den Leuten, ich bin zurück. Ich brauche zwei Matches, um mich dran zu gewöhnen. Im dritten besiege ich dich. Im vierten hast du gar keine Chance mehr. Im fünften kannst du das Spiel deinstallieren. Ja, so ist ungefähr der Ablauf. Gedanklich. Meistens ist es dann anders. Jojo. Zitrone. Ja, wissen die nicht, wie man Zitrone schreibt, oder was? Eine Zitrone, bitte. Hm. Das ist hier. Flug. Aber es geistet mich auch an. Und es lässt nicht mal. Ich lasse, ich habe keine Ahnung. Ich lasse einfach mal durch. Ich möchte doch auch durchgelassen werden. Es macht Eissturm. Ich denke mir, warum? Ich mache auch Eishieb. Ich habe durchgelassen, dass du auch durch. Das ist fair. Schieß nicht mit Kanonen auf Spatzen. Lass es durch. Ja, er lässt es durch. Und es ist eigentlich gar nicht effektiv so richtig. Also es macht so gut wie nichts. Da bin ich jetzt total enttäuscht. Sodass er nochmal zuerst darf. Dann nehme ich jetzt ein Schild. Und er nimmt auch ein Schild. Langsam glaube ich, er macht mir alles nah. Er guckt sich meine Spielweise ab. Er sieht, ich lasse durch. Er lässt durch. Er sieht, ich schilde. Er schildet jetzt auch. Er wird schilden. Ich weiß es. Ich weiß es. Und sagen die, wenn du weißt, er schildet. Warum drückst du denn dann überhaupt? Weil er gar nicht geschildert hat wahrscheinlich. Habe ich nämlich jetzt gerade gesehen. Und denkt mir, wenn ich vorhin mit Eishieb immer als zweites fertig war, mache ich jetzt einfach diesen hier. Damit hätte er nämlich jetzt nicht gerechnet. Auch wenn es wahrscheinlich gar nichts bringt. Aber er schildet. Jetzt schildet er. In dem Moment schildet er wirklich. Und ich würde jetzt nicht meinen. Ich muss Azumari reinholen. Ja. Weil wir können ja nicht. Der hat ja auch wieder Geist. Dicke Umnachtung. Und deswegen. Eis. Sturm. Wechsel nicht. Warte jetzt, bis du tot bist. Und lass mich was anderes dann draufhauen, wenn irgendwas kommt von dir. Was hast du überhaupt für eine komische Mütze auf? Nimm dir mal ein Bein. Achso, ich habe auch. Ich habe auch eine Mütze auf. Brauche ich ja gar nichts über andere sagen. Der ist weg. Und es ist voll. Und was kommt rein? Atsumari. Gegen Atsumari. Das große LKW-Rennen. Ihr kennt es. Das heißt, beide haben ein Schild. Ich darf aber zuerst anfangen. Das hat ja gar nichts abgezogen. Ich glaube, ich lasse es einfach. Soll ich ihn jetzt auch durchlassen? Ich darf nochmal. Was macht er denn? Hat er einen geheimen Move? Der doppelt so lange braucht? Oder will er einfach fünfmal nacheinander? Wieso lädt sich das bei denen so, dass sie es immer zehnmal können und nicht nur einmal? Jetzt hat er gleich keine Energie mehr. Dann lasse ich es jetzt aber auch einmal durch. Darauf lasse ich es jetzt ankommen. Er braucht auf jeden Fall keine Schilde mehr, dass ich vielleicht mit meinem Registil ankomme. Wieso haut er so rein? Bist du denn deppert? Bist du deppert? Jetzt bitte durchgehen lassen. Oder nee, du kannst das Schild auch wegmachen. Ist eigentlich egal. Ich habe den. Du hast das. Das zieht wieder nichts ab. Du ziehst hier ab. Ich schilde jetzt trotzdem mal. Gefühlt müsste er trotzdem eher fertig sein als ich, weil er ja vorhin einen Move nicht gemacht hat. Jetzt macht er natürlich nur Eisstrahl. Und jetzt kommt er mit Knogger. Kriege ich die Hydro-Pumpe? Boah. Ich habe die Hydro-Pumpe noch vollgekriegt. Wasser gegen Feuer. Aber er hat schon wieder Geist, wenn jetzt gleich Registil reinkommt. Und er schildet natürlich ab. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe doch jetzt gar keine Chance. Gehst du auf Blitzkanone? Hey, weil gegen Geister kämpfen macht nicht viel. Ich so, mach doch. Das knallt voll rein. Knochenkeule. Guck dir das an. Hoffentlich schwächt es noch seinen Angriff und seine Verteidigung gleichzeitig. Er kann natürlich die Knochenkeule jetzt 100.000 Mal machen. Vor allem wenn er jetzt Feuer hätte, wäre es auch schlimm. Es ist eigentlich alles schlimm. Es ist also egal, was er macht. Es ist schlimm einfach nur. Jetzt kann ich wieder keinen Schaden machen. Gefühlt ist Registil bisher das nutzloseste Pokémon im Team. Wieso ist der drin? Warum ist die Oxys nicht dabei? Weil ich dann zwei Kampf-Pokémon hätte. Und das auch nichts bringen, weil die Psi-Schubartake Quatsch ist. Und ich Stein ja eigentlich nur gegen Flug brauche. Aber gegen Flug habe ich ja trotzdem meine zwei anderen Chaboneros. Deswegen. Erstes Match, keine Pokémon-Belohnung. Also erstes Set. Erstes Set. Macht es dann Sinn, den letzten noch zu spielen? Ja, macht es. Hört auf, immer zu switchen oder zu skippen oder zu machen oder zu tun. Geht einfach rein. Und gebt euer Bestes. Egal, selbst wenn ihr denkt, die Lage ist ausweglos. Gebt euer Bestes. Letztens habe ich noch anders gedacht. Da ging es aber um andere Themen. Dass das Quatsch ist und alles künstlich in die Länge zieht. Sondern sollte man einfach klein beigeben, wenn man eh keine Chance hat. Jetzt sehe ich das aber anders. Jetzt sehe ich das hier mit... Mit Eis. Und ich darf auch zuerst. Denn wenn ihr seht, ihr glaubt an euch. Dann könnt ihr auch das sehen, was kein anderer erkennt. Sehr effektiv. Lohnt sich da nochmal? Ich lasse einfach durch. Lohnt sich da nochmal? Lohnt sich nochmal, Eis hier? Bringt er mich jetzt um? Himmelsfähiger. Hä? Ich dachte, okay. Flugkampf. Aber ich dachte, mein Psycho-Anteil rockt das Haus. Wohl eher nicht. Er ist also tot. Gut, kommen wir mal mit der Zumarre rein. Machen wir hier einfach was anderes. Was kann der so jetzt? Ich meine, er hat seinen Himmelsfähiger schon gezeigt. Sonst hat er Drachenklaue. Drachenpuls. Drachen irgendwas. Ich weiß nicht, was er hat. Sollte ich ihn jetzt umbringen? Komm, ich bring dich jetzt einfach um. Ich drücke fünf Minuten lang auf den Move, der schon voll ist. Es passiert einfach nichts. Jetzt brauche ich auch nicht mehr. Jetzt ist er bestimmt eingeloggt. Jetzt drücke ich nicht unten. Ich drücke oben. Und jetzt macht er seinen Move. Jetzt hätte ich es nicht mehr gebraucht. Also gewollt. Er hat doch jetzt eh keine Energie mehr. Ich wollte vorher, damit er mich eben nicht nochmal angreift. Und? Mein Zeug ist bestimmt wieder ganz leer. Ja, er ist fast voll. Gut, wenigstens etwas. Aber trotzdem. Jetzt kommt er mit dem blöden Fisch. Mit Elektro und Wasser. Der grillt mich doch. Das heißt, ich muss auch wieder wechseln. Ich wechsel, egal was ist. Ich wechsel einfach, weil der Fisch mir vielleicht nicht viel tut. Ich vielleicht trotzdem mit meinem Elektro, sein Elektro. Wasser. Jetzt kommt er mit Feuer. Nein, er setzt Surfer ein. Das wäre es, der Elektro-Wasser-Fisch kämpft mit Feuerattacken. Ja, aber er darf halt fünfmal kämpfen. Adi, Schatz. Nicht an die Tür gucken. Surfer. Der macht gut Schaden. Seit wann ist das Ding so brutal? Ich habe das noch nie gespielt. Noch nie als Gegner gehabt. Ist das jetzt erst seit der Season so, dass man den spielt? Oder spielt man den schon immer? Habe ich auf jeden Fall noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Schön, dass er abwehrt. Wenigstens einer von uns. Und er wechselt wieder raus. Auf Tritt Zeppli, dieser Klaus. Blitzkanone. Da habe ich doch noch was vorbereitet. Aber der weiß doch, dass wir Blitzkanone haben. Deswegen würde er auch jetzt schilden. Angriff sinkt. Das ist schon mal gut. Dann tut er mir nicht so sehr weh. Aber ich denke trotzdem, dass ich bis zur Blitzkanone nochmal voranschreiten muss. Jetzt sinkt mein Angriff aber auch. Bitte eine Blitzkanone. Oh, ich darf so. Ich wollte sagen, ich darf vor ihm angreifen, weil es fertig war. Nein, natürlich ist es schon. Und lockt sich ein und wartet auf ihn, dass er auch ja zuerst angreifen darf. Es liegt bestimmt am Internet. Ich sage es euch wieder. Spielt niemals, wenn ihr im WLAN seid. Ich brauche das WLAN zum Übertragen. Aber wenn ihr nicht irgendwas aufnehmt, hört auf. Geht nicht ins WLAN. Das lohnt sich nicht. Das ist totaler Schmutz. Das wird hier auch jetzt nichts fertig, oder? Guck mal, wir machen mal einen Fokusstoß. Einfach als Verzweiflungstat, bevor wir weg sind. Und er sein Zeugs aufgeladen hat. Können wir jetzt vielleicht noch irgendwas an Schaden machen. Nicht sehr effektiv. Und er wechselt nochmal raus und Landtouren kommt. Und Landtouren, du bist der Beste. Dein Energiebalken sieht aus wie mein Körper, ja. Donnerblitz. Das ist auf jeden Fall ein Sieg. Und wir steigen auf, weil ich so heftig der Boss bin. Die ganze Statistik ist im Arsch. Bisher war ich trotzdem immer mehr Sieger als Niederlagen. Da war ich immer sehr stolz drauf. Und was macht das jetzt? Nix. So, jetzt nehme ich mir mal kurz das. So. Jetzt habe ich den Namen nicht gesehen. Ich gerade was gemacht habe. Ein Flunschlik. Ist das denn etwa Boden? Bist du ein Boden? Und Elektro gleichzeitig. Tja. Da weiß ich natürlich wieder nichts. Weil wenn ich jetzt komme mit meinem Wasser. Wasser gegen Boden. Aber eher mit Elektro gegen mein Wasser. Warum haben die immer so bescheuerte Kombinationen? Vom Typ her. Die mich einfach nur überfordern. Der macht jetzt bestimmt Erdbeben. Und er rupft einfach alles weg. Und er macht Ladungsstoß. Hat das auch einen Effekt? Außer, dass meine Lippen rot werden. Äh, blau. Dieses Shiny. Ich muss ehrlich sagen, das Shiny gefällt mir gar nicht. Schon allein nur wegen den blauen Lippen finde ich das nicht schön. Möchte ich so nicht haben. Jetzt hätte ich ja doch mal schilden können. Aber es geht um nichts. Wir lassen es jetzt drauf ankommen. Du machst Ladungsstoß. Ich mache so und so. Ich mache nochmal diesen. Diesmal darf ich sogar zuerst. Das WLAN steht auf meiner Seite. Das wechselt sich immer ab. Einmal ist es für den Gegner. Einmal ist es für mich. Das WLAN ist wie April. Das weiß auch nicht, was es will. Jetzt Labras. Habt ihr das gesehen? Hat Labras reingewechselt? Und eigentlich ist er gleich schon wieder... Ja, was überhaupt? Zählt das jetzt, dass er mit Labras reinkam, aber dann nochmal gewechselt hat? Oder was zählt das? Das heißt, eigentlich darf er jetzt gar nicht mehr wechseln. Und was hat er so? Außer Elektroattacken. Er hat Elektroattacken. Oh mein Gott. Donnerblitz haut ja richtig rein. Und nehme ich jetzt trotzdem den Fokusstoß, weil ich brauche ja nicht mit einem Wasser-Pokémon gegen einen Elektro-Pokémon kämpfen, aber Labras hat er noch übrig. Da wäre sowas auch gut. Aber was kann ich jetzt noch machen? Nix. Ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt einfach gewechselt auf Azumarill, was total sinnlos ist. Weil ich so dann denke, ah, ich brauche das ja noch. Ich brauche das andere noch für Labras. Ich brauche noch Kampf gegen Labras. Also setze ich einen Wasser-Pokémon gegen einen Elektro-Pokémon ein. Das ist wie im Fernsehen. Und führt sogar zum Erfolg. Was vorher man sich sagt, wird niemals funktionieren. Hat auf einmal gepasst. Das ist doch krass, oder? Jetzt guckt euch das an. Ich weiß zwar nicht, was der Knudler jetzt mit ihm macht, aber ich fühle mich gerade gut. Weil ich gefühlt ja noch ein Schild habe. Registriere. Hat zwar keine Attacke voll, aber kriegt vielleicht eine dann voll. Verteidigung sinkt auch noch. Wir haben immer noch unser Schild. Wir müssen ja jetzt nur auf einen Fokusstoß gehen, bevor wir sterben. Und nehmen das Schild sogar mit. Auf den Weg zum Sieg. Jo. Du kannst schon mal unten hinschreiben, wer gewonnen hat, ne? Mit deinem komischen Pikachu-Cabby-Visier. Ein Set ist für... Ach so, wieso hole ich denn das jetzt ab? Ach, jetzt gibt es wieder nur Bären. Jetzt gibt es nicht mal eine Pokémon-Belohnung. Jetzt, wo ich mir sicher bin, dass ich was reißen kann, gibt es natürlich keine Pokémon-Belohnung. Das ist doch... Kampf beginnt gegen... Der Gegner ist unsichtbar. Srimrob. Der Rimjob. Wer kennt ihn nicht? Oh, galer Flunschle. Jetzt wird es kompliziert wieder. Weil das ist... Jetzt muss ich mir erst mal den Typ angucken. Stahl und Boden. Kämpfen. Stahl. Stahl. Kampf. Was macht er mit dem Metallklaue? Der kommt... Der hat Erdbeben. Der andere hat gar keinen Erdbeben. Der hat Erdbeben bestimmt. Und was macht er? Steinhagel. Okay. Oh, da würde ich ja jetzt sogar drinbleiben. Wie so ein richtiger Malaga. Tu jetzt mal sinnlosen Eishieb machen, wo er sich dann auch denkt, ist der bescheuert und wechselt selber jetzt mal aufs Azumarill, damit wir jetzt das LKW-Rennen beginnen. Meiner hat ein paar Punkte mehr als seiner. Wer zuerst schildert, hat gewonnen, ja. Ich? Ich schild nicht. Ich lass das durch. Du hast eh weniger Energie als ich. Das heißt, ich werde immer eins vor dir sein. Gedanklich. Kann aber auch ein Fehler sein. Guck mal. Er hat sogar keinen Knuddler. Er macht sogar auch nur Eisstrahl. Zum Glück hab ich's nicht geschildert. Schildert eher. Ich denke mal, einmal lässt das durch. Hat voll reingesemmelt. Ihr seht, das Gelbe ist stärker als das André. Jetzt lass ich's auch nochmal durch. Ich fühl mich grad gut, dass auch dieses Match sich vielleicht für mich entscheidet. So. Nochmal. Jetzt schildert er. Der braucht es noch. Oder er sagt, es ist Quatsch. So gesagt hat er grad nix. Ich hab auf jeden Fall nix gehört, aber... Gelb, Rot. Überlebe ich das? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es jetzt wieder nur ein Eisstrahl aus Verzweiflung. Nee, es ist Hydro-Pumpe. Na gut, ich hätte wahrscheinlich gar nicht so viel gemacht. Noch ein Knuddler drauf. Entweder Schild weg oder er ist tot. Mehr bleibt grad nicht zur Auswahl. Und dann hat er ja trotzdem sein Boden-Pokémon. Gegen ein Wasser. Komm zurück. Galaflundschlik. Ach, du hast noch einen? Gestein gegen meinen Kopf? Ich wehr's mal ab. Ich möchte meine Hydro-Pumpe voll machen. Und er wechselt wieder raus. Und es ist Panzer-Aeron. Und das war jetzt bestimmt der Fehler. Der größte Fehler meiner Welt. Äh, meint mir, ist irgendwas so. Stahl-Kampf. Hahaha. Guck mal, der fliegt doch. Hui, weg ist er. Und jetzt nimmt er Knuddler Fee gegen Stahl. Wie kann er denn nur? Wieso hab ich denn jetzt nicht auf die Hydro-Pumpe gedrückt, auf die ich eigentlich vorher gesetzt hab? Und jetzt nimmt er sein Schild und jetzt kann ich nicht mal mehr abwehren. Und jetzt bin ich auch noch tot. Und jetzt, jetzt, jetzt soll ich mit dem kommen. So, jetzt soll Fokus-Stoß gehen oder irgendwas. Ich bräuchte aber jetzt eigentlich zwei Moves, die voll sind. Einen für ihn und einen für seinen Nachbarn. Tja, macht er ein Erdbeben gegen mich. Das weiß ich jetzt schon. Mit seinem, mit seinem letzten. Jetzt, jetzt versuche ich, dass es im Hintergrund der Move sich ein zweites Mal vorlädt, aber es lädt nicht weiter. Es lädt jetzt einfach nicht weiter an diesem Punkt. Das heißt, ich muss jetzt einsetzen, sonst ist alles für die Katz. Und was setze ich dann jetzt ein? Ich setze jetzt mal Fokus-Stoß ein. Gegen den Stahl-Anteil. Hätte ich Elektro einsetzen sollen, gegen den Flug-Anteil. Und jetzt kommt er bestimmt mit irgendwie Bodenzeug und dann war es das, oder? Ich habe meinen Fokus-Stoß nochmal voll. Ah, was ist? Er ist weg. Oh, sehr effektiv, gut. Gegen Stahl. Kampf, Stahl, Beste, wunderbar. Ich Blitzkanone gar nicht gebraucht. Wer das erfunden hat, 1113. Letztens wollte ich doch die 1111 in einem Video feiern. Und was ist passiert? Nix. War das jetzt der zweite Kampf? Müsste, genau. Dritter. Hier bin ich guter Dinge, dass wir so Dieter... Gut, gegen Dieter nehme ich alles zurück. Bibor. Äh... Gift. Flug. Äh, Käfer. Gift und Arsch. In einem... Ich tue mal Eisieren und schaue, was passiert. Ein Eisier für dich. Abgewählt. Warum wäre der ab? Was hat er jetzt gedacht? Was würde passieren? So. Lassen wir das jetzt durch. Er hat abgewehrt. Ich wehre auch ab. Ist fair. Und deswegen machen wir jetzt nochmal Eis hier. Weil ich sehen möchte, wie sich das auswirkt, wenn er nicht abwehrt. Vielleicht hat er jetzt auch damit gerechnet, dass ich Psychokinese habe oder so. Ne, er wehrt wieder ab. Und lasse ich es jetzt durch. Ich lasse es durch. Gucke mir das an. Schlagbohrer. Bin weg. Ich wechsle mal auf. Ja, ich wechsle jetzt auf. Hier auf unseren Horst. In der Hoffnung. Mit. Wieso habe ich denn schon wieder jetzt gedacht, dass das Flug ist? Weil es fliegt. Jetzt wollte ich Blitzkanone voll machen und drauf zünden. Und falls er wechselt, hätte ich ja auch noch wechseln können. Und sein Schlagbohrer ist auch noch mega effektiv gegen mich. Aber egal. Wir haben die Blitzkanone trotzdem voll und können uns mal angucken, was er macht. Da fliegt das mit seinen Flügeln vor mir rum. Und ist kein Flug. Aber trotzdem tot. Und jetzt kommt auch noch Bisaflor. Probiere ich da dasselbe jetzt nochmal? Blitzkanone oder ich muss mal mein Schild nehmen. Ich muss mir ja erstmal jetzt zu Genüge führen, was der jetzt mit dem macht. Matschbombe. Ist ja vielleicht trotzdem schlimm. Aber macht auch das Azumarill kaputt. Zünd mal den drauf. Angriff sinkt. Jetzt wechsle ich mal kurz hier rüber. Ach, jetzt kommt Flunschläger rein. Gegnerische Attacke. Jetzt auf die Hydro-Pumpe gehen und den Boden wegspülen. Ja, hat Steinhagel. Okay, das ist nicht so viel. Wenigstens ist er mit seinem Bisaflor nicht mehr am Start. Wieso habe ich denn vergessen, dass er noch ein drittes Pokémon hat? Das wird nicht reichen, oder? Doch, es ist sehr effektiv. Es reicht. Es spült ihn komplett weg. Aber jetzt kommt er rein. Jetzt macht er gleich zwei Moves und lädt alles voll und haut mich komplett nieder. Ja, ich habe kein Eis. Flora-Statue. Ja, 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 ja. Das ist ja schön und gut. Egal, was jetzt voll wird. Egal, was voll wird. Das Erste. Ich sage das Erste. Was ist voll? Fokus-Stoß. Und ich drücke trotzdem weiter rechts auf Blitzkanone. Wusste ich doch nicht. Es sah so aus, als würde rechts das voll werden. Ohne Spaß. Hätte ich links gedrückt auf Fokus-Stoß und hätte den jetzt gemacht, dann wäre er tot gewesen. Dann wäre es vorbei. Dann wäre es vorbei. Es ist ja, wie wenn du so einen dicken Finger hast und hier drauf drückst, siehst du doch gar nicht unten drunter, was da los ist. Wie willst du das sehen? Gut, ich hätte hier vorne auf den Bildschirm gucken können. Aber normal spielt man ja nicht mit einem Bildschirm. Potzi Oma. Normalerweise spielt man ja und muss gucken, was unter dem Finger, wo man gerade drückt, passiert. Das ist kompliziert. Flug. Boden. Ach, ich lasse einfach durch. Dann mach halt Sturzflug oder irgendwas. Oder Himmelsfeger. Ach, mach Nachttieb. Interessiert mich also nicht so. Und dann kommen wir jetzt mit Eis. Eisib. Sehr effektiv. Und er auch natürlich sehr effektiv. Und er macht auch nochmal einen Move. Aber ich würde meinen jetzt, glaube ich, Opfern. Dann lebe ich trotzdem noch. Und kann jetzt hier ein, ähm, 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 Zobiris, kann jetzt hier ein, äh, Steigerungssieb machen. Unlichtkampf. Auf Unlicht. Er wehrt sogar ab. Angriff steigert sich. Ich kann ganz kurz Schaden machen. Aber darf jetzt natürlich nicht mit, äh, Registil rein. Wir haben sogar fast die gleiche Farbe. Ich weiß gar nicht, was der so macht. Komme ich da jetzt mit Fee an? Schmarotzer. Ist ja auch Unlicht. Genau. Jetzt geht er wieder raus auf Kampf. Oh, das, das kann, da kann ich aber jetzt kein Registil gegensetzen. Da müsste ich jetzt wieder schauen, dass ich Schilde rauslocke. So, ein Schild weg. Ich werde jetzt alle Schilde hier nutzen, weil ich das brauche. Obwohl er doch gar nicht, er könnte mit Eis kommen, oder? Er kommt mit Psychokinese. Jetzt hau den mal weg. Und dann hau den anderen bitte auch weg. Dafür hast du noch ein Schild übrig. So, weg. Er kommt rein. Zu Bier ist, zu Boris. Zu Bier, boah. Reicht das aus einmal, Fee? Ich weiß es nicht. Wir brauchen jetzt einen sinnvollen Wechsel. Der richtig mit viel Sinn dran. Knuddler, Knuddler, Knuddler. Jetzt vielleicht wechseln. Ne, nicht wechseln. Oh, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Das heißt, der dritte Sieg. Eine Niederlage. Ein Match steht noch aus. Bärchen incoming. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch drei Sets machen. Ich glaube, ich habe am letzten Mal zu viel gelabert vorher. Wir waren noch bei einer Stunde und gerade mal drei Sets. Jetzt sind wir gleich fertig mit dem zweiten und sind... Na gut, wir sind da trotzdem über der halben. Ja, ne, hier, Unlicht passt mit Kampf. Zack. Und er wechselt raus. Und auf Azumarill. Das mache ich jetzt auch. Dann können die sich hier wieder gegenseitig knuddeln. Da sagen die Leute, brauche ich Meditalis mit Psychokinese. Und ich sage, ich brauche Azumarill mit Azumarill. Er knuddelt zuerst. Ich knuddle zurück. Vielleicht trifft er auch nicht einfach fabelhaft. Vielleicht macht er auch nur gut oder so. Und dann ist es gar nicht so stark, wenn sie mich trifft. Und ich treffe ihn viel stärker. Zweiten würde ich auch noch durchgehen lassen. Ihr seht ja, wir sind noch über der Hälfte. Kann also nichts passieren. Da ist auch Schaden noch von den normalen Quick Moves dabei. So. Ja, nochmal drüber gewischt. Jetzt weg. Wir sind fast gleich. Wir sind fast gleich. Aber ich sehe schon, ich bin der, der zuerst seinen Move zündet. Äh, sein Schild. Ich zünde mein Schild. Ob er es mit Leicht tut. Ob er mit Eisstrahl angreift. Nö, es ist Knuddler gewesen. Und das heißt, er wird sicherlich jetzt auch schilden. Und wird mich im Endeffekt umbringen. Bruder. Er schildert. Wir können beide weiter schilden, meinetwegen. Da habe ich kein Problem mit. Jetzt hast du eh so wenig. Ich schilde nochmal, in der Hoffnung, dass ich meinen anderen Knuddler auch noch durchbringe. Und ein anderes Schild auch noch wegnehme. Und wir beide keine Schilde mehr haben. Und wieder mit dem ersten Matchmaking reinkommen. Wo es Kampf war. Gegen. Gegen Benachtara. So. Und. Abgewählt. Wer fällt jetzt zuerst um? Fallen beide um vielleicht sogar. Ich sehe mich leicht im Nachteil. Jetzt hat er Eisstrahl. Was heißt, er kann gerade nicht angreifen? Bevor ich mich dem aus... Er hat ja keine Schilde mehr. Da komme ich jetzt mit Zielschuss rein. Kommt den Rest. Du tust jetzt mit Zielschuss hier abarbeiten. So. Wenn er nach Tarakom, dürfte nicht so krass sein. Er kommt mit. Was ist das? Geist und Feuer. Hätte ich Blitzkanone jetzt gemacht. Der haut mich doch jetzt komplett weg. Schaffe ich eine Blitzkanone? Sollte ich jetzt wechseln? Sollte ich das mir aufheben? Dann, falls vielleicht doch nach Tara nochmal reinkommt. Knochenkeule sehr effektiv. Ich mache mal ein bisschen was voll. Jetzt habe ich gerade auf den Wechsel gedrückt. Ich war mit den Fingern auch schon hier oben. Gut, dann bin ich jetzt weg. Ne, bin ich nicht. Kann aber auch nicht erklären, wieso ich jetzt auf... Mit die Talis großartig bin. Kampf gegen Geist ist Quatsch. Eis gegen Feuer ist auch Quatsch. Also es ist eigentlich egal, was ich mache. Es ist alles Quatsch. Aber gucken wir es uns mal an. Und versuchen jetzt den Angriff zu steigern. Hui. Vielleicht bleibt ja noch was übrig. Der haut ihn doch mit einmal weg. Ah, sehr effektiv. Lass wenigstens einmal den Angriff steigern. So zum Spaß, damit man denkt... Da kommt noch was. Nicht sehr effektiv. Angriff steigert sich. Und er ist jetzt fort. Tja. Jetzt kommst du rein, kriegst die Breitseite und das war's. Und dabei ist es nicht mehr ein Rai Quasa und kriegt trotzdem Breitseite ab vom Gegner. Knochenkeule. Wuuh. Alles fort. Der hatte genau 1500. Das heißt, den kann man gar nicht besiegen. Der war perfekt. Ich war einfach nur schlecht. Ja. Da gibt es noch eine TM. Wir steigen auf Rang 6. Ach, Hyperliga. Incoming. Irgendwann. Wann kommt Hyperliga? Wo steht das? Wie lange das geht? Die Saison endet am 1. Juni. Ja, 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 ja. Das weiß ich. War das nicht eins davor? Ich muss dann gleich nochmal gucken. Willkommen. Ach, hier. 15. März. Was ist denn heute? Heute ist der 15. März? Ich blöde. Hätte ich das Video nicht am Mittwoch aufgenommen für Freitag, sondern hätte ich es am Donnerstag aufgenommen für Freitag, hätte ich schon frisch in der Hyperliga kämpfen können. Naja, egal. Wir blamieren uns noch ein bisschen in der Superliga. Sonst hätte man nämlich immer eine Woche Super, eine Woche Hyper, eine Woche Meister. Dann noch eine Woche Super, eine Woche Hyper, eine Woche Meister und dann wäre es schön abwechslungsreich geworden, vielleicht. Hypno. Hypno. Das No in Hypno steht ganz groß. Sagt einfach nur Nein. Hypno Schatz, Nein. Eishieb. Eishieb. Assi, Jürgen McGrathis. Eissi. Heap. Du bist du. Spukball. Eissi. Eissi? Ich glaube, Eissi ist einfach die neue Superattacke, die einfach jeder hat und jeder braucht. Raupi mit Eissi in der Meisterliga. Lass. Ja, lass halt durch. Was weiß ich. Lass durch. Lass durch. Lass durch. Komm mal mit dazu, Maril. Dazu. 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 Maril. Vielleicht sehen wir gleich, was er noch kann außer Eissi. Und zwar die gleiche Farbe haben wie ich. Das ist ein cooler Move. Hätte ich halt lieber vorher mal geguckt, wann die blöde Liga wechselt, ja. Nein, 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 nein. Jetzt ist er weg. Schild. Und er kriegt, er kommt mit. Das ist auch wieder Azumarill. Das ist doch zum Kotzen. Azumarill, Azumarill. Du brauchst Konter gegen Azumarill. Ja, natürlich brauche ich das. Wenigstens hat er einen reingelassen. Lässt vielleicht sogar den zweiten auch noch rein. Er führt schon wieder was im Schilde, oder? Er wehrt jetzt ab. Da weiß ich ja, was ich mache. Nämlich auch abwehren. Nichts Angst habe. Noch einen draufzimmern. Wenn beide Schilde von ihm weg sind, dann kann Ricky Stil kommen. Er braucht wieder drei Jahre, um seinen Move aufzuladen und ist bis dahin tot. Weil er als letztes einfach noch einen Kampf-Pokémon hat und schon perfekt. Die sind immer alle gut gerüstet gegen mich. Und ich bin immer so das ins offene Messer-Lauf-Team, mit dem man am besten ins offene Messer laufen kann. Noch einmal, noch einmal. Komm, einen ziehst du noch durch. Knuddler. Wäre es jetzt vielleicht ratsam, auf Eis zu gehen, wenn das schneller fertig ist. Ich muss wieder versuchen, unter meinen Finger zu gucken. Nein, Knuddler ist zuerst fertig. Also, vergesst alles andere, was je gesprochen wurde. Ich müsste mehr mit Wechseln arbeiten, glaube ich. So ein bisschen hin und her. Dieses immer nur das, was gerade drin ist, nehmen und dann der Rest ist eh tot. Das bringt einen ja auch jetzt nicht so viel weiter. Kann da der Zielschuss was richten? Knuddler. Zielschuss. Wer weiß, was als letztes kommt. Ich gehe mal davon aus, dass du mir nicht gefährlich werden kannst. Und ich mit einer vollen Attacke in das letzte Pokémon starte. Ah, Barrikadax. Okay, das könnte aber positiv sein. Wenn er ihn jetzt komplett umhaut. Trotzdem der Rest vom Zielschuss noch ausreicht. Zumache, um zu nieten. Oh. So ein Stück. Ich bin der Boss. Genau. 1115. Jetzt freu dich mal nicht so lang. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich. Ich habe gedacht, oh mein Gott. Den ganzen Donnerstag muss ich nochmal raiden. Falls am Mittwoch nach der Raidmania noch kein 100% Ho-Oh da ist. Nutz die Zeit Mittwoch halt und nimm schnell deine Ramses Minus-Folge auf. Dabei hätte ich das Mittwochabend-Wechsel. Und ich hätte am Donnerstag gemütlich die Superliga, äh die Hyperliga aufnehmen können. Wir haben Feuer. Jetzt haben wir... Oh, das war falsch. Ich habe nur geguckt, da steht Fee. Ich habe gedacht, ach der hat auch wieder Azumarill dabei. Steht ja hier nur ein Typ. Nur Fee. Also war es ja sowieso falsch. Aber, okay. Soll ich das durchlassen? Ne, den nehme ich mit. Der Gefährliche ist erstmal weg. Mit Azumarill, das ist gegen andere vielleicht kann noch gut was machen. Also, lass den Fortverteidigung sinken und pass mal auf, was er jetzt hat. Was war das Erste? Ach, jetzt haben wir wieder... Jetzt haben wir wieder die Scheiße da. Knuddler auf die Scheiße. Und, was passiert? Es ist Wert ab. Was machen wir jetzt gegen dich? Eis. Eis auf die Pflanze. Das ist wichtig. Nicht abwehren. Es Wert ab. Was hat er als erstes drin gehabt? Habe ich auch wieder vergessen. Schaffen wir nochmal Eis? Wir haben noch ein Schild. Wir könnten noch zum Eis kommen. Eissieb. Und, und, und? Und? Dann entscheidet sich's. Was hat er als erstes drin gehabt? Ein... Ah, ne. Funifras war Feuer. Ei. Feuerfraß. Wir müssen jetzt viel Schaden machen, aber der weiß, dass er mit seinen normalen Moves mich einfach umbringt. Einen vollgeladenen Charger dann hat und auf mich drauf knallt und dann war's das. Nein, los, los, mach deinen Moves. Oh, der hat bestimmt seinen Moves voll und sagt sich, oh, Feuer. Hehe. Da komm ich gut zurecht. Keine Schutzschilder mehr. Keine Schutzschilder mehr. Steigerungssieb. Wieder hat Kampfattacken. Da greift er natürlich nochmal an. Macht nochmal Steigerungsrungssieb. Steigerungssieb. Mit Donnerschlag verstehe ich nicht. Ja, jetzt lass mich mal durch. Machen wir irgendwas hier. Irgendwas. Egal, was jetzt hier fertig ist von den beiden Moves. Muss reichen. Hä? Ich dachte, es ist links. Ne, es hat rechts. Ich hab einen Daumen links gedrückt, einen Daumen rechts. Und mit dem Zufallsprinzip hat's jetzt einfach irgendwas fertig gemacht. Wenn ihr mal nicht wisst, ne, dann der Doppeldaum, der Doppeldaumer, der Doppeldaumdrücker zum Erfolg. Schönes Schlagwort. Super. Super Liga. Oh, Gegner wird gesucht. Sieben. Kampf beginnt. Also sieben, wenn ich fertig bin, vielleicht. Jaffel, 65. Eifel, 65, Meditalis und Aquana. Da freut sich die Genaya immer, wenn sie das sieht. Ist Aquana gefährlich? Er kommt jetzt mit Panzer Aeron. Da bin ich wieder auf dem Trip. Oh, ich kämpfe natürlich mit, ähm... Mit Kampf gegen dich. Und es macht eigentlich nichts. Doch, es macht doch jetzt was, weil der Angriff ja gesteigert ist. Aber er haut mich meistens mit einem Move komplett weg. Also schilde ich. Und versuche mit dem nächsten Steigerungshieb zu kommen. Weil die... Eis... Ist, glaube ich... Ne, mach lieber... Du kannst den nicht über die... Über die Chargers siegen. Die Charge Moves. Du musst den... Du musst den über die Sofortattacken niederknüppeln. So. Weg. Oder? Genau. Weg. Aquana ist zurück. Aquana, guck mal. Wir haben jetzt so viel Kraft. Wir sind so mächtig und stark. Wie oft kann man Steigerungshieb einsetzen, um sich zu... Aufzupowern? Schreibt's mal in die Kommentare. Genau. Aquana. Oi, digger Aquana. Was machst du? Und ich nehme jetzt Azumarill natürlich ganz klar. In der Hoffnung, dass du eigentlich nichts gegen mich in der Hand hast. Und wir uns gegenseitig anspritzen. Nassschweif. Weil Zielschuss auch irgendwie komisch war. Slymog und Gift ist auch noch mit drin. Gift, Fee, nix. Hätte ich doch Blubber nehmen sollen. Vor allem Blubber. Aquaknarre. Und? Es ist noch nicht drin. Verteidigung sinkt. Dann mache ich mal den. Wechsel nochmal. So. Ich auch nicht weiß, was der jetzt hier vorhat. Der währt ab. Okay. Und wir könnten mit einem Fokus-Stuß vielleicht... Bring mich nicht um, bitte. Ich habe es nicht so gemein. Du bist das schönste Slymog, was ich je gesehen habe. Schon allein die Farben. Ha, nicht so effektiv. Dich mache ich kaputt. Vielleicht hätte ich erst noch ein bisschen aufladen sollen, bevor ich den wegmache. Im Endeffekt stirbt er gar nicht. Er lebt noch. Jetzt kann ich ja ein bisschen was aufladen. Falls das Aquanagrill kommt. Äh, geil. Falls das Aquanagrill kommt, dann wird es gegrillt. Es wird gegirlt. Säure-Speyer. Ja. Aquana kommt zurück. Aquana macht nass. Dann rostig. Aber ich will es noch grillen. Lass es mich bitte noch grillen. Ja. Nass-Schweif. Ist voll. Haut voll rein auch. Dann sehe ich schon wieder, dass er mit seinem komischen anderen Kuh-Mist-Vieh irgendwie trotzdem Faxen macht. Nee, er ist tot. Das Kuh-Mist-Vieh hat nicht gewonnen. Es ist einfach ausradiert. Gehst sofort. Drei. Wir haben die Pokémon-Belohnung. Wey. Wir haben die erste Pokémon-Belohnung in diesem Video freigeschalten. Im dritten Set. Beim dritten Kampf. Das ist eine Siegeserie. Maitre Bogumica. Lass dir doch noch fünf Namen. Silvaro. Was geht ab? Du bist Flug. Und es ist... Jetzt hat es auch schon wieder Pflanze drin. Es ist gar kein Flug. Es ist einfach Geist und Pflanze. Kann ich dich jetzt hier einfrieren? Geisterst du mir um die Nacht? Das ist sehr effektiv. Wechsel du doch mal raus. Mir egal. Ich nehme jetzt ein Schild, weil... Mein Move ist gleich voll. Dann musst du auch schilden. Oder du bist tot. Eins von beiden. Und es macht was? Schilde das. An der Stelle würde ich es durchgehen lassen. Jetzt zu schilden und dann trotzdem gleich tot zu sein. Naja, Schilde trotzdem. Achso, er ist schon wieder mit dem Nächsten drin. Das ist ja einer. Wasser. Naja, dann... Dann halt Wasser. Wasser gegen Wasser. Ich weiß nicht, was er noch hat. Wieso kriege ich nie mit, wenn er wechselt? Schönes Pikachu-Shirt. Aquahobits. Machen Knuddler, natürlich. Ich kann euch nicht begründen, warum, aber ich sage natürlich. Sehr selbstbewusst rede ich hier mit dem Knuddler auf. Guckt euch das an. Gegnerische Attacke. Okay. Kleine Wühlmaus. Ja, Wühlmaus. Jo, Baby, jo, Baby, jo, Baby, jo. Weg. Jetzt. Psycho und normal. Ich lasse es einfach mal durch und sehe, dass ich überlebt habe und mache irgendwie ein Knuddler und wie der Fahrlehrer in der Fahrschule. Das Auto hat die Kontrolle. Kriegst du das nicht mit? Du musst das Auto in die Kontrolle bringen. Nicht das Auto dich. Das Auto darf nie die Kontrolle übernehmen. Ist das so, was will er denn? Zu viel Nightrider geguckt oder was? Das Auto übernimmt die Kontrolle. Der ist doch völlig geisteskrank. Warum schilde ich jetzt? Ich habe noch volle Energie. Sein Psycho-Zeug macht mich bestimmt auch nicht fertig. Da hätte ich ruhig noch ein bisschen was riskieren können. Ja, und jetzt habe ich irgendwie nichts mehr, oder? Das heißt, ich muss gleich, falls der stirbt, trotzdem irgendwie einen Move wieder voll machen und bin bis dahin leichtes Futter. Blitzkanone ist weg und er kommt zurück mit seinem komischen Truthahn. Nein! Der muss jetzt nur ein bisschen Schaden machen. Bitte nicht auf den Geistanteil achten. Einfach nur kaputt. Fertig. So, viertes. Das letzte war das beste. Noch eins, dann haben wir ein 5er Set komplett gewonnen. Das ist ja das mit dem, was ich mal reinkomme, ne? Ne, du hattest jetzt nur Glück mit den Gegnern. Quatsch. Am Anfang wusste ich gar nicht, hätte ich auch gewonnen. Hätte ich, äh, Gio. Ne, Gio-Yo. Gio-Yo. Eis. Jetzt geht's wieder los. Eis aufs Tromborg. Würdet ihr da wechseln? Was ist gut gegen Tromborg? Weil der ist ja effektiv und rechnet mit nichts und ich komme dann immer mit Eishieb und dann schildert er ab und dann bringt mir bestimmt Psychokinese auch nichts. Oh, sehr effektiv. Genau. Und jetzt lasse ich den aber drin. Weil der wird mir auch beim Azumarill Suspekt, der wird mir auch beim, äh, Registrier gefährlich. Deswegen, der wehrt schon wieder ab. Ich muss mir zweites Schild auch noch nehmen. Dieser Damn Luck. Schützmaria. Und jetzt schildet er oder was? Ich hab gar kein Schild mehr und er hat noch eins. Danach. Also jetzt hat er noch zwei. Lass dich umbringen. Nein, er stirbt natürlich nicht. Er bleibt einfach drin und guckt ganz genau, was er da wieder macht. Ja, dann nehmen wir halt trotzdem Azumarill. So ein bisschen wenigstens. Der wird schon nicht jetzt hier mit Samenbomben ankommen und mich komplett auseinandernehmen. Schnell, der macht ja schon wieder seinen Move. Drei, zwei, eins. Sind ja nicht bei Ebay. Samen. Bomben. Jetzt kommt er mit dem Zoom-Pax. Zoom-Pax, sehr interessant, muss ich schon sagen. Ein Erdbeben gegen das Registrier. Dann, dann red mal weiter. Guck. Guck, was er macht. Das macht er immer so. Das macht er mit Absicht. Der will mich in Sicherheit wiegen, um dann von hinten zuzuschlagen. Jetzt sind wir ja doch gleich bei einer Stunde. Es sind schon 58 Minuten und ich habe gedacht, ja, das wird ja diesmal, schaffen wir noch eins. Nö, nö, nö. Eine Stunde muss reichen. Mehr seid ihr mir nicht wert. Nein, mehr. Ich halte das nicht aus. Mein Kopf zerplatzt. Ja. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Guckt euch das doch an. Guckt euch an die Scheiße. Aquahubitze. Ich traue mich nicht anzugreifen. Doch, jetzt wollte ich sagen. Jetzt greife ich an, nachdem ich schon so ein bisschen wieder aufgeladen habe vom nächsten Move. Aber ich komme gar nicht dazu. Er bringt mich schnell noch um. Ah ja. Was will der denn? Ich habe 4 zu 0, äh, 4 zu 1 hier das Set gespielt. Als ob ich mich da noch anstreng hinten raus. Jetzt will ich wenigstens mal sehen, was es hier für einen Bogamon gab, ne. Ein Garsteller. Okay. Bah. Und einmal draufgeworfen und sich übelst gefreut, dass es jetzt abgehauen ist. Boah. Wieder das. Erklärt mir doch mal, was das ist. Wenn ihr die Pokémon-Belohnung habt, aber nicht fangen können. Und immer wenn ihr in den Ball gehen sollen wollen würde, dann... Nö, jetzt scheint es ja zu gehen. Liegt das an der Bäre? Ist die Bäre nicht kompatibel damit? Nö? Und nein, das wilde Garsteller ist geflüchtet. Das macht er 100.000 Mal jetzt, sodass man ihn einfach nicht fangen kann. Warum? Warum? Ich kann nicht mal das abschließen. Jetzt muss ich die ganze App neu starten. Ich glaube zumindest, dass das dann immer geholfen war, die App neu starten und nochmal rein und nochmal versuchen zu fangen und dass es dann geht. Aber wodurch kommt das denn? Was ist das denn? Das ist mein ganz normales Handy, mit dem ich immer spiele. Da ist nichts komisches drauf oder sonst was und trotzdem hat das immer genau so einen Fehler, den ich nicht zuordnen kann. Ach, sieht das schön aus. Und jetzt nach dem Neustart scheint es zu gehen. Und dann können wir es mal bewerten. 15, 12, 15. Okay. Können ins nächste Kapitel. Rang 7. Hui. Und da können wir dann mit der Hyperliga irgendwann mal weitermachen, aber halt dann irgendwann. So. Weil das habe ich mir jetzt verschwitzt. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wavepanda und du seid jetzt Freunde. Na warte. Den lösche ich. So. Und warum, das erfahrt ihr in dem anderen Video. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Grüße an Onkel Busfahrer an der Stelle. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Peace out, Vorhaut. 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 Vielen Dank.